Das Jahr 2020 ist nicht so gelaufen, wie wir uns da rein begrüßt haben. Ja, genau. Die Euphorie war nicht berechtigt. Nein, es lief dieses Jahr alles anders, wie geplant, was wir uns in unserem Rückblick ja eh schon gesagt haben. Aber wir lassen jetzt das Jahr gemütlich ausgehen. Nicht nur das, es war trotzdem ein schönes Jahr. Ja, genau. Es war ein eingeschränktes Jahr, aber es war in Anbetracht der Situation ein schönes Jahr und ein gutes Jahr. Ja, und das lassen wir jetzt trotzdem gebührend beenden oder auslaufen, oder? Das beenden wir jetzt gebührend? Ja, genau. Wir lassen es jetzt gemütlich auslaufen. Ihr hoffentlich auch. Und heute hat Helle nochmal Post bekommen. Jawohl. Jawohl. Ja. Das hat doch wieder mit dem Apfel zu tun. Ja. Schau mal, wie er strahlt. Also jetzt wissen wir nicht so ganz genau. Ist das jetzt ein verspätetes Christkindle oder ist es der Anfang von neuen Filmen? Wir werden sehen. Wir werden sehen. 2021 wird es uns zeigen. Ja. Genau. Also ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Und melden uns dann später nochmal. Toll. Ja, also ganz schnell nochmal zum Anstoßen würde ich sagen. Ja. Also und damit es euch nicht langweilig wird in der Zwischenzeit, könnt ihr unser Silvester oder die Neujahrsbegrüßung vom vergangenen Silvester euch anschauen. Die war eigentlich ganz lustig, haben wir festgestellt. Also so enthusiastisch wie damals werden wir dieses neue Jahr glaube ich nicht begrüßen. So, gell? Nein. Nein. Aber schaut es euch an und also ja, wir lassen uns jetzt auf jeden Fall gut gehen. Ja? So. Guck. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja. Frau Silvia! Da ist was los. Guck. Tschüss 2019. Willkommen 2020. Guck. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Leute, viel Spaß im neuen Jahr und wir hoffen, ihr könnt uns alle begleiten. Wir werden uns sehr darüber freuen. Na ja. Na ja. Na ja. Oh mein Gott. Was ist denn weg? Sekt? Helle? Ok, Corona ist vorbei. Wir haben besser was als Sekt. Wir haben Champagner. Wir müssen doch das Jahr besser begrüßen. Und dann! Nur das ist wohl wie viel dieses Jahr. Auf das ist kommen wir ja viel besser. Ja! 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 Euch auch alles Gute. Bleibt gesund und es kann nur noch besser werden. Und lasst mal hinten. Ein wunderschönes, gutes neues Jahr wünschen wir Euch und Ihr hört die Glocken leuten, okay, das Feuerwerk ist sehr verhalten, auf und an. Aber es gibt hier einige Privatkunststücke. Ja, entscheidend, weil auf und an fliegt dort meine Pagnette. Das ist nur meine Chance. 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 Das ist nur meine Chance.